Herr Müller ist Kämmerer einer Gemeinde und so richtig im Stress. Ein bestehender Kassenkredit läuft aus und muss verlängert werden. Gleichzeitig braucht Herr Müller einen neuen Investitionskredit für den Bau des neuen Kindergartens. Mit den Angeboten aber ist er unzufrieden. Nach zahllosen E-Mails und Telefonaten hat er immer noch nicht den passenden Kredit gefunden. Jetzt muss er erstmal raus, auf andere Gedanken kommen. Beim Mittagessen empfiehlt ihn ein Freund Lonebooks. Die Geld- und Kapitalmarktplattform, auf der öffentlich-rechtliche Kreditnehmer mit institutionellen Kapitalgebern zusammenkommen. Herr Müller ist neugierig geworden. Zurück im Büro lockt er sich bei www.loanbooks.de ein und gibt an, wie lange er wie viel Kapital benötigt. Dazu stellt er Haushaltspläne und Finanzkennzahlen der Gemeinde zur Verfügung und schaltet seine Finanzierungsanfrage frei. Alles mit nur wenigen Klicks. Und jetzt schauen wir einmal auf die andere Seite. Frau Baumann ist Portfolio-Managerin bei einer großen deutschen Versicherung und immer auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Bei Lonebooks stößt sie auf Herrn Müllers Finanzierungsanfrage. Sie als Kapitalgeberin kann jetzt entscheiden, ob sie die Gemeindevorhaben teilweise oder komplett finanzieren möchte. Zusätzlich kann sie die Laufzeit des Darlehens so anbieten, dass es ihr ins Portfolio passt. Frau Baumann findet so eine sichere Kapitalanlage mit solider Rendite. Und Herr Müller stellt sich die für ihn beste Finanzierung aus einem oder mehreren Anbietern zusammen. Eine klassische Win-Win-Situation. Mit Lonebooks können sich beide den Umweg über Broker sparen. Und damit über 90% Gebühren, die in Deutschland jedes Jahr mehr als 3 Milliarden Euro ausmachen. Übrigens bietet Lonebooks den beiden auch eine Reporting-Funktion, mit der sie all ihre Finanzierungen immer auf einen Blick parat haben. So wird Lonebooks zum Alleskönner in Sachen Finanzierungen. Dabei ist es für alle transparent und sicher. Jeder weiß, woher sein Kapital kommt und wohin es fließt. Und heutzutage besonders wichtig, Lonebooks hostet alle Daten nach den für Banken geforderten hohen Sicherheitsstandards in einem nach ISO 27001 zertifizierten Datencenter. Für Frau Baumann und Herrn Müller ist Lonebooks jetzt erste Wahl für Kapitalbeschaffung und Investitionen. Und für Sie?